Communiqué kommt als letzter Kandidat heran für den Stall von Mark Johnston mit William Buick im Sattel. Alles ist startklar. 57. Preis von Europa ist gestartet an der 2400 Meter Marke. Die neuen Kandidaten, die kommen zum ersten Mal die Zielgerade hinunter. Wer übernimmt das Kommando? Donja an der Innenseite mit Communiqué, mit Royal Jumsen an der Außenseite und Aspeta zunächst einmal in vorderster Linie, genauso wie Bristano. Und jetzt sind Sie gefragt, meine Damen und Herren. Das Feld kommt an Ihnen vorbei mit Royal Jumsen, mit Bristano, mit Aspeta und Communiqué, die vier Pferde in einer Linie. Dahinter hat Donja ein Traumrennen in fünfter Position. Das gleiche gilt für Best Solution in sechster Position. Und am Ende des Feldes zunächst einmal das Trio von Markus Klug, Innenweltstar, außen daneben Colomano und dann die Siegerin aus Baden-Baden, die nachgenannt wurde, Amorella. So geht es aus dem Bogen mittlerweile hinaus in die Gegenseite hinein, 1800 Meter exakt noch zu galoppieren. Und Royal Jumsen und Borjan Mosabaev haben mittlerweile drei Längen Vorteil. Führen vor Donja an der Innenseite, außen davon galoppiert Bristano in dritter Position, viertes Pferd ist Aspeta. Dahinter dann Communiqué, hat wieder nicht die Spitze bekommen. Innenweltstar dann Best Solution vor Amorella und Colomano, findet sich mittlerweile am Ende des Feldes wieder. Gute 1200 Meter sind noch zu absolvieren. Wir haben Halbzeit im Preis von Europa. Royal Jumsen und Borjan Mosabaev führen vor Donja, die liegt auf der Lauer, außen davon Bristano. Dann Aspeta, da wartet Jason Watson natürlich auf seine Chance. Vor Weltstar, vor Communiqué, vor Best Solution. Er hängt ein wenig nach außen dort. Pat Cosgrave musste ihn einmal gerade richten. Innen davon ist es Amorella und dann am Ende des Feldes Colomano nach wie vor. Aber ich sag Ihnen mal, das Feld ist meilenweit auseinandergezogen und keiner hat einen besseren Rennverlauf als Donja. Die liegt im Windschatten von Royal Jumsen. Dann drei Längen sind es, bis zu Aspeta, bis zur Weltstar. Amorella, Communiqué wird nicht gewinnen. Das gleiche gilt für Best Solution. Colomano und Bristano vorne marschiert Royal Jumsen. Donja, Aspeta, Jason Watson schaut nur, was macht Lucas Delosier. Und außen Amorella, die läuft das Rennen ihres Lebens. Aspeta geht nach vorn, obwohl man so pessimistisch war wegen dem Boden. Aspeta vor Amorella, vor Donja an der Innenseite. Auf den letzten 200 Metern verabschiedet sich Aspeta im Preis von Europa. Aspeta für Roger Charlton und für Jason Watson ist überlegene Ware, ist tormhoch überlegene Ware. Aspeta gewinnt vor Amorella, die läuft riesig. Dann Donja Colomano, dann Best Solution, dann ist es Royal Jumsen, Weltstar und dann Communiqué und Bristano. Und jetzt gebe ich ab an Ruth Hoffmann. Untertitelung des ZDF für funk, 2017